Herzlich willkommen bei MusicaTV, hier heute bei Lava auf der Guitarsummit und ich zeige euch heute unsere Lava Mi 4 Gitarre. Hier das Carbon-Modell. Das tolle an dem Carbon-Modell ist wetterresistent und zwar hält Temperaturen aus von minus 20 Grad bis plus 90. Nicht, dass man es braucht, aber besser haben als brauchen. Das heißt, selbst wenn man mit dem Nikolaus mal was am Notebook vorspielen möchte, hält die Gitarre das aus. Das Schöne an diesem smarten System ist, wir haben relativ viele coole Sachen mit verbaut. Wir haben einen Tuner, wir haben einen Metronom, wir haben Effekte, wir haben einen Recorder. Das heißt, man kann sein gespieltes aufnehmen, kann das auf dem PC exportieren. Wir haben einen ganzen Gitarrenlehrer mit drin, unter dem Reiter Übungen, der dir Akkordwechsel beibringt, Strumming beibringt, Arpeggio-Training etc. pp. Wir haben eine ganze Big Band mit am Start, die wir steuern können, entweder auf dieses kleine Mäusekino oder mit dem passenden Lava-Drum-Pedal. Nächster toller Reiter ist, wir haben einen eingebauten Looper. Unter Create können wir loopen, wir können unsere Sachen mit Freunden teilen. In diesen Lava-Gitarren ist ein eigenes Social-Media-System, gerade frisch registriert, deswegen habe ich noch keine Freunde, das wird sich die nächste Zeit ändern. Dann könnte ich meine geteilten Werke meinen Freunden schicken, die können da drüber spielen und mir das Zeug wieder zurückschicken. Also ihr merkt schon, diese Kisten können relativ viel. Probiert sie aus, viel Spaß dabei! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!